Hey Freunde, damit kommen wir zum Star Wars Tag Auftrag. Blocken mit einem Lichtschwert Angriffe. Insgesamt müssen wir da 10 Angriffe blocken. Das Schwierige an dieser Aufgabe ist einfach nur ein Lichtschwert zu finden. Das könnt ihr wie in diesem Fall jetzt hier über Bodenloot oder aber auch über Kisten finden. So sieht das gute Stück aus. Das sacken wir uns jetzt ein. Mit R2 schlagt ihr zu und mit L2 blockt ihr. Also in meinem Fall jetzt auf dem Playstation Controller. So jetzt brauchen wir nur noch Gegner. Wie jetzt hier. Zack. Und durch das L2 drücken, wehrt ihr automatisch die Kugel ab. Das Ganze könnt ihr natürlich jetzt hier an normalen Gegnern machen. Aber auch an IO-Truppen. So und wie ihr seht, ist der Auftrag dann damit auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Bis zum nächsten Mal.